Unsere Bad Base wurde speziell für Handballer entwickelt. Und zwar durch höhenverstellbare Leisten erreichen wir eine perfekte Unterstützung der Taille, wenn man auf der Seite liegt, beziehungsweise des Hohlkreuzes, wenn man auf dem Rücken liegt. Die Einstellung wird individuell auf die Körperform des Handballers natürlich vorgenommen. Auch im Beckenbereich haben wir Höhenverstellungen bis zu fünf Stufen. Hier in dem Muster sieht man mal zwei Stufen nach oben. Dort geht es um gute Unterstützung. Entscheidend ist die Schulterabsenkung, um den Wurfarm des Nachts wirklich zu entlasten. Und das sieht man hier.